Megaman! Was willst du hier? Verzieh dich! Das ist mein Unboxing, du kannst euch nicht stören! Unverschämter Blauer Wicht! Ähm, ähm, ich mein ja natürlich, willkommen zu einem neuen Unboxing, Leute! Sorry wegen dieser Einleitung, aber solche Sachen müssen auch mal sein. Ich hab immer wieder was auf Amazon bestellt! Nicht nur ein, sondern wieder zwei Pakete. Ja, Amazon verschickt meine Sachen immer an zwei Paketen. Wahrscheinlich bestell ich einfach zu viel und ich nehme dieses Unboxing jetzt schon zum dritten Mal auf. Beim ersten Mal hat das Video irgendwie nicht gespeichert. Beim zweiten Mal war meine Adresse zu sehen und ich möchte nicht zu viel über mich preisgeben. Wer weiß, vielleicht hab ich irgendwelche Hater, die mir im Paket Hundescheiße zuschicken oder sonst irgendwas. Ich möchte auf jeden Fall nicht meine Adresse an die Welt herausrücken. Ja, deswegen sind die Pakete schon leider geöffnet. Aber schauen wir doch mal, was in dem ersten Paket ist. In dem ersten Paket ist nur ein Buch, das weiß ich. Natürlich, ich hab's ja schon schließlich aufgemacht, ne? Warum sollte ich es dann nicht wissen? Opa, das ist schon ganz leicht gesehen! Es ist der Spieleberater zu The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Also der englische Spieleberater. Es gibt ja leider keinen deutschen, es sei denn, man hat noch den von der N64-Version. Der auf Amazon aber noch teurer ist, der kostet 60 Euro, meine Güte! Ja, hier nochmal kurz die Rückseite mit hübschen Illustrationen von Link und Co. Naja, hier nur von Link, aber werfen wir doch mal kurz einen Blick hinein. Ich meine, am Anfang waren... Jo, hier ein hübsches Artwork. Was aber auch auf dem Cover ist, also... Moment... Ah! Hier haben wir ein paar Charakterbilder. Link, Epona, das Skull-Kit und... KINGEL! Jo-ding! Boop! Oh Gott! Wer hat sich diesen Charakter nur ausgedacht? Und diverse andere lustige Gesichter aus der Welt von Majora's Mask. Jo, ich bin mir sicher, dass dieser Spieleberater mir durchaus nützlich sein wird. Es gibt ja ziemlich viele Side-Quests in Majora's Mask, die von der Tageszeit abhängig sind und ich habe so meine Schwierigkeiten, die alle zu finden. Da denke ich doch mal, dass dieser Spieleberater mir durchaus nützlich sein wird. So, das nächste Paket... Ups, ich habe gerade voll meinen Mega-Männer-Mibu angestupst, der sich so frech ins Intro gemogelt hat. So, diesmal haben wir wieder Pokémon-Mangas hier. Vier Stück an der Zahl. Erstmal auspacken kurz. Einen Moment. Rums, das war das Paket. So, ich habe mir bestellt Pokémon Adventures. FireRed and LeafGreen Band 23 bis 25. Die haben mir noch in meiner Sammlung gefehlt. Und jetzt habe ich sie endlich! Ja, basierend natürlich auf, wie schon es hier steht, Feuerrot und Blattgrün. Und ich liebe Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Also werde ich meine wahre Freude am Lesen haben. Und, oh mein Gott, neue Charaktere, die im Spiel nicht vorkamen. Und einer hat ein Portrott auf dem Kopf. Ich liebe Portrott. Das kann ja nur genial werden. So, gefolgt von Band 24. Und das Sonnenlicht spiegelt sich. Oh, wir haben ja heute schönes Wetter. Wer hätte das gedacht? So, nochmal kurz die Rückseite. Mit bekannten Figuren. Vielleicht erkennt ihr sie ja. So, und zu guter Letzt, was Pokémon Adventures Feuerrot und Blattgrün angeht. Band 25. Hier auch nochmal kurz die Rückseite. Mit Giovanni. Und Mewtwo. Und Mewtwo benutzt im Manga einen riesigen Ruffle als Waffe. Absurd. Genial. Wer weiß. Auf jeden Fall interessant. So, zu guter Letzt noch ein Manga, der zwar im Mai auch bei uns auf Deutsch rauskommt. Aber ich war nochmal zu neugierig und musste ihn nochmal auf Englisch kaufen. Pokémon X und Y. Und wenn ihr ein paar meiner Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich kein wirklich großer Fan von Pokémon X und Y bin. Ich mochte die Welt nicht. Ich mochte die Charaktere nicht. Und das war eigentlich schon das ziemlich wichtigste für mich. Aber hey. Der Manga hat durchaus Potenzial besser zu sein. Das war bei Pokémon Diamant und Perl auch so. In meinem Fall. Also ich fand Pokémon Diamant und Perl überhaupt nicht wirklich toll. Aber der Manga war absolut klasse. Und vielleicht ist das hier ja auch der Fall. Und auf der Rückseite haben wir Team Flair. Hier steht's auch Team Flair. Ich weiß gar nicht mehr, ob die auch in der deutschen Version so hießen. Aber ich glaube schon. Wie gesagt, ich hab Pokémon Y in meinem Fall nie durchgespielt. Leider. Vielleicht mach ich's irgendwann mal, aber erstmal nicht. Na gut. Das waren meine neuen gekauften Mangas und der Spieleberater. Hinterlasst doch mal einen Kommentar. Vielleicht interessiert euch ja der ein oder andere Gegenstand. Vielleicht hab ich ja euer Interesse an Pokémon Mangas geweckt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das der Fall wäre. Naja. Dann sehen wir uns bald mit einem neuen Unboxing wieder. Ich werd bestimmt demnächst wieder was bestellen. Ist bei mir nur ne Frage der Zeit. Nun denn. Nochmal danke fürs Zuschauen Leute. Wir sehen uns. Macht's gut. Und tschüss. cute guys.